Willkommen zurück zum DNS Techpack. Hast du toll gesagt? Ja, ich weiß. Ja. Immer noch auf der Suche nach dir, Mann. Ja. Das ist ja toll. Wir haben ja schon welche gefunden, nur halt zu wenig. Ja, wir wollen ja mehr. Mehr, mehr, immer mehr. Ist eigentlich ja bestimmt schädlich, wenn man immer mehr haben will, ne? Hm. Ja, es geht, ne? Ist wahrscheinlich genau so schädlich, wie den ganzen Tag zocken. Hm. Also ist es gesuch? Ja, eben. So schädlich ist es ja nicht. Es schont die Gelenke. Na, oder macht sie nur noch mehr kaputt, so wie bei mir irgendwie. Hm. Schöne Schifte drücken. Ich hab voll Angst, dass ich hier in die Lava falle. Hm. Das wär irgendwie ein bisschen suboptimal. Oh Gott, ja. Und ich bin verbrannt. Nein, Spaß. Hm. Sehr lustig. Ich weiß. Ich bin der Komiker Nummer eins hier. Hm. Ich mag das schon. Hier ist einfach nichts, aber der See ist voll groß. Hm. Wobei die Wahrscheinlichkeit, dass man bei Lava mehr Dias findet, ist ja auch nur so ein Mythos. Hm. Voll blöd. Das ist eigentlich voll unlogisch, dass ich hier die ganze Zeit rum Bauer und Abbauer und mir voll Mühe gebe. Okay. Ich kann dir gleich mal nochmal so ein, äh, wie hieß das denn immer? Äh, Bituid geben. Ja, mach ich. Hm. Na, ich mach das gleich. Ich glaub, ich hab das Ende des Lava-Sie ist erreicht. Okay, das ist gut. Wir waren aber nur wo Dias. Hm. Also es geht noch unten drunter, ein bisschen weiter anscheinend. Hm. In irgendeiner Weise. Okay. Ich bin auch theoretisch eine Ebene zu tief für Dias. Hm. Wobei das ja nicht heißt, dass die hier nicht trotzdem sind. Hm. Okay, ich lauf zurück. Und mach einen neuen Gang hier so. Unsere Map sieht cool aus, um ehrlich zu sein. Hm. Hm. Das stimmt. Also schlecht ist die Map auf jeden Fall nicht. Allgemein sch- Die macht wie ne Feder. Hm. 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 Ich hab' ich schräg müde. Das ist schlimm, eigentlich. Das ist eine Treppe von dir gewesen, aber gut. Grun ist wichtiger. Was? Ich glaub, hier ist es in der Richtung, wo ich mich gerade hingegraben hab. Kommst du. Ähm. Ja. Ja, siehst du. Deshalb hab ich da jetzt wieder was hingesetzt. Na, lass doch hier noch ein Stück im Wetter. Okay. Wie du meinst, wie du meinst. Wie du meinst. Ich grabe mal einfach. Ich hab Lapis gefunden. Wie? Ich hab Eisen gefunden. Boah, ich auch. Eisen ist immer toll. Hab ich auch gleich einen 64er-Stack-Fall. Ist doch gut. Boah. Ich hab mich überhaupt nicht erschrocken gerade. Ich sag, ich sag grad, das wär dein Mikrofon, ey. Ja, ja, klar. Nein, ich sag grad, was ist jetzt kaputt? Oder meine Kopfhörer oder so. Klar. Ja, ich geb ja zu. Ich hab mich erschrocken, aber ich dachte jetzt grad nicht irgendwie so, was passiert jetzt. Hilfe, Lava. Okay. Alter. Ich bin schon groß im Vier. Komm, du bist gut. Ich mach einen Sound aus, weißt du. Ja, mach mal. Mach mal Sound aus. Huch. Jetzt ist geruckelt. Ich guck mir den Lavasee mal nicht genauer an, weil ich glaube, hier ist nichts. Mhm. Oh, Höhle. Nee, ich bin jetzt Level 30. Ich bin jetzt 27. Willst du ein bisschen weiter abbauen in den Gängen und ich guck ein bisschen hier? Mhm. Ja, ich mach die Gänge gerne, weil kein Problem ist. Ist. Kein Problem. Lass mich mal wieder arbeiten. Ja, mach ich auch. Ich hab ja grad nur einen Herzinfarkt bekommen. Es könnten sogar Meteoriten gewesen sein. Mhm. Ich glaub, ich glaub's halt nicht. Oh, das ist Gewitter oder sowas. Auf Höhe 13. Oder sowas mit Magie. Was? Auf Höhe 13. Och, dass man das über die ganze Map hört? Mal drüber nachgedacht. Oh, ein lautes Gewitter. Ja. Dann ist es halt jemand aus dem 21. Jahrhundert, der dann eine Atombombe irgendwo abwirft, die aber keinen Schaden macht. Hey, jetzt hör auf, über den Azurin. Das war nicht mal meine Ab... Ich glaub, ich weiß, was es ist. Was denn? Ähm, hier brennt irgendwas. Okay. In einer Schlucht. Ja, aber ich hab grad Diamanten gefunden, also lass mich. Okay, ist kein Problem, ich spring da mal hin. Ich hab auch grad Diamanten gefunden, aber ich guck mir jetzt erst dieses Dings an. Was ist das, Alter? Ich hab aber jetzt insgesamt Sinn. Das Öl brennt. Oder? Ist das Öl? Was ist das? Das Öl brennt. Ich komm mal zu dir. Das Öl brennt. Das Öl brennt. Ich mein's ernst, das Öl brennt. Das Öl brennt. Wie krank ist das denn? Ich hab ein Gia gefunden. Meine Damen und Herren, das Öl brennt. Wo brennt es denn? Ach, da brennt es. Ich hab sogar drei Dias gefunden. Ich hab sechs gefunden. Also ich bin jetzt gut ausgewusstet. Nee, ich hab's... Keine Ahnung, wie viel ich jetzt gefunden hab. Mann, lieber. Ja, aber Tatsache ist auf jeden Fall... Das sieht cool aus, irgendwie. Ja, aber irgendwie machst du mir auch ein bisschen Angst, ne? Hm. Ich weiß auch nicht, ob das aufhört irgendwie wieder, weil... Ja, passt doch auf. Ja, das ist... Ich vergesse mal, dass man da nicht drauf springen sollte. Aber man kann's auch nicht löschen. Ja, das ist Wasser, theoretisch, was brennt. Ja, ja. Aber hier ist auch offener Himmel drunter, ne? Drüber. Echt? Ich glaub schon, oder nicht? Oder ist das einfach nur Rentner-Fehler? Oh, hier ist Lava. Na, das ist eigentlich... Das ist hier grad nur ein... ...nähtiger Nebel. Sicher? Der Fock of War. So. Und dann? Hm. Hier finden wir aber bestimmt auch noch mehr Dias. Hm. Falls hier nicht noch irgendwas einschlägt. Hm. Das ist alles zum Brennen berührt. Okay, hier ist noch ne Schlucht. Ach du Scheiße, hier brennt's noch viel krasser. Oh mein Gott. Hm. Aber ich seh keine Dias. Ja, hier ist noch... So gesehen, ey, das ist ein blauer Creeper. So viel krasser brennt's jetzt auch nicht, ne? Naja, doch, der ganze Boden da brennt. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen müsste, oh, oh, oh. Oh, 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 es brennt aber. Tatsache ist Tatsache. Hm. Könntest du bitte weggehen? Ich bin nicht mal so, hier zu arbeiten. Hey. Ich bin nicht mal so, hier zu arbeiten. Nein. Mein Plan war nämlich eigentlich, dass jetzt das Wasser da gleich weggeht. Wenn ich hier ein bisschen mehr... runterfließen lossehe. Ah, das dein Plan? Ja. Ach so. Das ist natürlich Tal. Find ich nämlich auch. Hm. Das ist irgendwie dumm. Und jetzt lösche ich das Wasser einfach. Hm, was war denn dumm? Hm? Was war dumm? Nee, mir kam gerade nur Öl entgegen. Ach so. Dann ist ja gut. Ich bin. Solange es nichts ernstes war. Hm, war nichts ernstes. Cool. Das ist nämlich der Mana Creeper. Ich mag die nicht. Warum gibt es hier eigentlich blaue Creeper? Das sind Mana Creeper. Okay. Da hat das noch einer. Das ist doch scheiße. Sind die irgendwie besser als die anderen? Nee, irgendwie... Ich weiß nicht. Okay. Ich versteh hier irgendwie nicht. 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 Huch, unbedingt nicht. Aber du musst ja auch nicht verstehen, dass es wichtig ist, dass du sie tötest. Ja. Ich weiß nicht, was in denen irgendwie gefährlich sein soll. Schreibt in die Kommentare. Ja. Also bei Vanessa. Bei mir schreibt er sowieso keiner. Also. Hm. Hm. Ja. Du hast auch so viel Selbstvertrauen, ne? Wieso? Ich krieg wenig Kommentare. Außer, ja, einer. Einer, der schreibt momentan immer. Aber ich weiß nicht, ob der dieses Projekt hier auch guckt. Ja. Aber ich krieg auch nicht viele Kommentare. Also. Ach. Jetzt hab ich dem seinen Namen vergessen. Tja. Ja. Also ich kenne meine Abonnenten, ja. Ach ja. Ja. Somit vom Namen. Hm. Wie heißen die denn so? Peter. Gustav. Ich hab viele männliche Abonnenten, glaub ich. Wenn ich so eigentlich nur ausschließlich. Ne, Carina hat mich auch abonniert, glaub ich. Ja gut. Und Vio, glaub ich auch. Ja gut. Ja gut. Was? Ähm. Hast du grad ein Nether-Potter gemacht? Nein, ich hab nämlich auch keins gemacht. Ich versuch nämlich grad immer noch dieses scheiß Öl hier wegzukriegen und es klappt einfach nicht. Was denn? Lava. Achso. Das ist ja gut. Ich hab schon irgendwas wichtiges. Achso, ja gut. Ich hab ja nur 10 Diamanten, aber hast ja recht. Ich hab nur ne 3. Dann haben wir 13. Hey. Je. Und die fehlen immer auf Ebene 13. Hey. Je. Okay, ich hab keine Fackeln mehr. Ich hab keine Steaks mehr. Okay. Okay, ähm. Aber ich hab noch Holz. Was denn? Schauen wir vielleicht mal, dass wir hier wieder rauskommen, weil mein Inventar ist immer noch voll. Ja, meinst du jetzt auch voll? Ja, also irgendwie. Ja, können wir. Ja, gut. Du bist höher als ich, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin in Ebene 20, aber ich bin jetzt mal nach oben. Wir sind beide auf der gleichen Ebene. Ne, jetzt bin ich höher. Ja, das mag sein. Oh, ich versuch mal so hochzukommen, wie ich kann. Mhm. Das war knapp. Ich bin bei deinem Gebilde. Hi. Wie bist du da hergekommen? Mit Wasser. Aber ich hab's selber zugemacht wieder. Ach Gott, brauchen wir eigentlich nicht. Mach du mal den, dieses Eisen weg. Ich baue mal einen Weg nach oben. Mhm. Baust du Fackeln oder willst du Fackeln? Äh, ich hab eigentlich 42 jetzt. Achso. Hab grad neu gemacht. Na gut. Ohne Höhle. Ne, ignorieren. Wir dürfen gleich auch noch 900 Meter bis nach Hause gehen. Wir können uns ja auch den Eingang hier zu der Höhle so gesehen markieren. Ja, könnten wir machen. Könnten wir. Müssen wir aber nicht. Ja, von mir aus. Mh, warte mal in die Richtung ist unser Haus, ja. Mhm. Bin dir nicht auf den Kopf gefallen, ey. Hm. Und du meinst? Nee, nee, in den letzten Tagen nicht. Ja, okay. Dann ist es gut. Dann ist es gut. Was machen wir denn mit den Dias? Machen wir erstmal so eine Mining Turtle? Ich weiß nicht. Wie viel hier muss man aber irgendwie noch programmieren? Weißt du, wie das geht? Google. Ja. Ja. Wir können ja mal gucken, was man aus Dias alles so schönes machen kann. Mhm. Und dann mal schauen. Ich denke mal, bis wir zu Hause sind, ist eh die Folge vorbei. Können wir ja rein theoretisch wirklich mal googlen und alles und dann. Mhm. 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 Danke. Ja, kann man nicht. Ich krieg nur noch ein bisschen Kohle mit, ne? Jo, mach mal. Ey, Schneebio. Okay, ich mach mir hier einen Waitpoint. Mhm. Höhli. 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 Meine Höhli. Mhm. Ich versuch mal noch ein bisschen Platz zu kriegen bei mir im Winter. Okay, kannst du mir drei Redstone abnehmen? Ähm. Warte. Nee. Okay, aber drei Dias bestimmt, ne? Ja, die kann ich dir abnehmen. Damit hab ich kein Problem. Du kannst mir da einen Meteorchip geben. Könnte ich auch machen, ja. Geil. Ich nehm hier noch ein bisschen Kohle mit, weil... Ähm, es wird Nacht, ne? Echt? Schade, ja, dann lauf. Huch, da hab ich einen Stein weggeworfen, das wollte ich eigentlich nicht. Ey, dann lass uns laufen jetzt. Ja, ich hab's doch gerade gesagt. Okay. Ich dachte, du willst, dass du da bleibst, ne? Was? Ach, warte mal. Ich sitz noch schnell im Breakpoint, lauf du schon mal vor. Hätte auch gereicht, hätte ich einen gemacht, aber gut. Ja, ich mach mal trotzdem mal rein. Dann wissen die Leute immer, wo wir hinrennen. Okay. Ich bin unabhängig von dir. Okay. Okay. Wir amanzipieren, ne? Genau. Okay. Wir schaffen das nicht. Wie, bis zum Haus schaffen wir das doch nicht? Da hab ich mir aber irgendwie schon gedacht, aber gut, wir sind da einigermaßen gut ausgerüstet. Ich seh' dich nicht mehr auf meine Karte, ey. Ich seh' dich noch. Ich seh' dich noch. Ich seh' dich nicht mehr. Ich seh' dich noch, wieso? Läuft. Ich seh' dich einfach gar nicht. Ja, ich bin vielleicht 100 Blöcke oder so hinter dir. Aber ich müsste dich auf meiner Karte sehen können. Du bist gerade über den Fluss gegangen. Da jetzt. Ja. Wie könnte man denn nochmal zoomen? So konnte man zoomen. Ich hab' das weiteste weg gesunken, halt. Siehst du mich immer noch nicht, oder was? Nein, ich seh' dein Icon nicht. Du bist bestimmt bei dem Fluss schon gewesen, ne? Ja. Ich bin jetzt knapp in den Fluss. Da liegt's vielleicht im Server. Hier sind richtig viele Höhlen auf dem Weg. Hui! Ja. Ich weiß, wo du gerade hergesprungen bist. Was ist das hier? Hm? Da hat man, wo ich gerade reingefallen bin. Oh. Ich hab' das auch genau getroffen. Das ist noch viel besser eigentlich. Was ist das hier? Das frage ich mir immer gerade auch. Aber das kann man nicht abbauen. Creepy. Das hat irgendwas mit Mana zu tun, glaub' ich. Oder so. Oder mit dem anderen. Mhm. 400 Meter! Das sieht eigentlich komisch aus. Hm. Äh ne, wir gehen aber nicht durchs Wasser, oder? Pfff, keine Ahnung. Ah, komm. Ich schwimme. Okay. Kannst auch außen rum gehen, ne? Mhm. Nur ein bisschen weiter. Komisch, dass ich dich überhaupt nicht mehr sehe. Jetzt. Dreh dich mal kurz um. Ich seh' dich nicht. Ich disconnecte gleich bevor. Lohnt's sich eigentlich nicht mehr. In der Minute ist eh die Folge vorbei. Ja, lass mal noch zum Haus laufen. Ja, ja, das würde ich sowieso noch machen, weil das lohnt sich dann jetzt nicht da noch einen Schnitt machen. So. So. Pudum, pudum. Was denn? Jetzt seh' ich dich wieder. Siehst du. Du bist wahrscheinlich halb ertrunken gerade. Nö. ich habe nur Schaden bekommen, oder du? Ich habe sonst noch nicht mehr. Okay. Okay, Skelett? Ne, doch nicht. Ich habe keinen einzigen Mob gesehen, auf dem ganzen Weg. Ja, ne? Was komisch ist, es gibt wenig Mobs. Irgendwie. Au. Au. Was ist, was ist, was ist? Ich bin in die Hölle reingefallen. Oh ne. Idiotisches Kind. Und weg, kann man dazu... Oh, ich bin noch weiter rein. Okay, ist das. Weißt du, da wo ich das letzte Mal auch schon wieder reingefallen bin? Wie kommt man hier wieder raus? Ah, hier ist eine Trappe. Okay. Ja. Was, ich war da nie drin, ne? Ich bin da nicht reingefallen. So. Da ist auch schon eine Timeout vorbei. Ja. Okay. Auf die Sekunde, genau. Gut. Mhm. Dann lass mich hier drin ausloggen. Genau. Mhm. 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 Danke fürs Zuschauen. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.